So Leute, warum kann ich hier nicht aufheben? Hast du aber schon eine hab oder was? Brauch aber auch lange bis... Genau in mich reingerannt. Was sind denn das für dumme... Entschuldigung. Ach kacke, ich muss noch mit der Maustaste klarkommen. Was bist du denn für eine dumme? Guck mal hier, komm. Renn Mäuschen, renn. Renn kleines Mäuschen, renn. Denkst du, dass ich dagegen renne oder was? Du hast sogar... Das ist sogar die Sunny Tussi. Ja, ii, nicht ii. Guck mal, es sind sogar zwei... Die wiggelt aber ganz schön, du. Die wiggelt ganz schön, sag ich euch. Wie so ein Fisch am Aaken. Ich drück immer die falsche Maustaste. So. 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 Aber so richtig hören tut man die nicht, oder? Die Gegner? Hallo Matze Oh, ist da jemand in die Falle getreten? Ich komm ja schon Mäuschen, ich komm ja schon Tut mir leid, Sanitussi, aber das war's für dich Also wer mir zweimal so dämlich entgegen rennt, der hat es auch nicht verdient zu überleben Leute, müsst ihr ja ehrlich sagen Also der hat es echt nicht verdient und da ist noch jemand verletzt Gute Nacht, gute Nacht Der Papa ist schon da, ta-ra-ta-ta-ta-ta Ihr seid alle verletzt und kommt an den Haken Mütze, dankeschön Du kommst heute nicht an den Haken So gut Aber die habe ich auch super gelegt Ich höre sich stöhnen Leute Tja, dafür bist du jetzt am Haken Also ich weiß nicht, ob das ein fairer Deal war, so Kollege Klettverschluss Das war eher ein Scheißdeal für dich, würde ich mal behaupten Ich weiß auch nicht, warum die das machen Aber man kann auch so in seine eigene treten Was ist das denn? Ich höre dich doch zappeln Ich höre dich zappeln, du kleines Mäuschen So Jetzt hat der Papa dich erwischt Wie finde ich denn das? Und hier ist schon der nächste Haken Raus mit dir, kleines Mäuschen So Ist der schon kaputt gemacht? Ne Was bringt denn das im kaputt machen? Bringt das überhaupt was? So, der eine ist noch komplett ready Noch komplett fit Oh, hier war gerade noch Dings, wa? Das ist gerade übersehen Ich glaube, ich weiß, wo du bin Das war's für dich Das war's für dich Der nächste Haken gehört dir Ich habe heute gerne einen Haken für dich Ich bin in meine eigene gelaufen So, kleines Mäuschen Ich bin einfach Leute, mal ehrlich jetzt, oder? Als Killer bin ich doch eigentlich echt gut Also ich kann es mir nicht anders erklären Oder sind die alle so scheiße? Guck mal, das ist eine ratzfatzrunde Die geht nicht mal fünf Minuten Da hängen die alle wie Schweinchen am Haken Zack Das war wohl nix Das war ein Satz mit X Und noch Fragen? Wenn ihr mal einen Profikiller von mir wollt äh, buchen wollt Meldet euch Macht das Ratzfatz Die hängen alle am Haken Wie im Sonderangebot Alle in einer Reihe Zack Easy going Easy going, Leute Easy going Aber der Fallensteller ist schon echt geil Ist er auch Ist er auch Ah Okay Wie im Sonderangebot Untertitelung des ZDF, 2020